Paradox Interactive. Wie doof muss man sein? Die Aktie korrigiert jetzt schon seit August 2023 um über 52%. Wie doof muss man sein, um die Aktie jetzt nochmal ins Depot zu legen? Oder wie doof muss man sein, um die Aktie jetzt die letzten Jahre zu halten? Ich bin so doof. Ich habe die Aktie jetzt tatsächlich die letzten Jahre, aber das ist jetzt auch keine Überraschung für euch, die letzten Jahre gehalten und immer wieder nachgelegt. Also K sind hier die Käufe. Ich habe es zwar vermieden, wirklich im absoluten Maximum Peak hier zu kaufen, aber davor immer mal wieder in den Tiefs und jetzt habe ich wieder angefangen. Das heißt auch jetzt vor kurzem mir nochmal 50 Stück ins Depot gelegt und ich möchte euch mal ein Update geben und sagen, warum. Wo führt der Weg vielleicht langfristig hin und träume ich vielleicht nur, weil es tatsächlich auch bei mir die größte Position ist, muss ich vielleicht irgendwann einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Wir fangen mal an für die Chart-Esoteriker. Nämlich kurzfristig auch auf das Chart-Bild einfach mal zu schauen. Wir sehen, Paradox Interactive bewegt sich die letzten Jahre in einer Range. Also irgendwo im Minimum sind wir hier irgendwie um 110 schwedischen Kronen, im Maximum um irgendwie 320 schwedischen Kronen. Aber wenn man das Ganze natürlich richtig getimt hat, also hier unten im AG kauft oder oben verkauft, dann würde ich zum einen erstmal wissen, wer das gemacht hat und dann meine Glückwünsche aussprechen. Aber zum anderen hätte das natürlich auch schon ordentlich Kursrendite für Trader bedeutet. Ich selber bin kein Trader, sondern ich investiere. Was man aber hier tatsächlich sehen muss, auch aus charttechnischer Sicht, ist, dass wir hier im Moment auch auf einen sehr interessanten Bereich zuschauen. Das hier ist mal die Weekly-Ansicht, also die wöchentliche Ansicht und ihr könnt eins sehen. Hier gibt es einen sehr interessanten Bereich, den wir im Moment anlaufen und den zeichne ich euch nochmal kurz ein. Also hier mal die horizontale Linie, so auf knapp 120 schwedischen Kronen. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass es jedes Mal, wenn die Aktie im Weekly unter diese 120 schwedischen Kronen runtergerauscht ist, dann war das kein Zustand, der sehr lange angedauert hat. Die Aktie wurde danach relativ schnell wieder hochgekauft aus diesem Level und jedes Mal, wenn das passiert ist, hat das auch eine kleine bis mittlere Rallye ausgelöst. Ich zeichne euch das Ganze mal hier ein. Eins, zwei, drei. Jedes Mal, wenn wir hier kurzfristig unter diese 120 schwedischen Kronen gerauscht sind, wurde das Ganze hochgekauft und war danach ein Trendumbruch und hatte die Aktie danach eben nach oben beflügelt. Und jetzt sind wir im Moment auf dem Weg genau wieder hier unten rein. Das heißt, aus Chart-technischer Sicht, aus Chart-Konstellation oder Chart-Sicht her, würde das hier unten schon einen extremen Punkt darstellen, um hier vielleicht auch mal eine Gegenposition wieder zu öffnen. Das heißt, wieder die Aktie zu kaufen. Man muss aber dazu sagen, ich frage mich, ob wir tatsächlich hier in diesen Rahmen reinlaufen. Falls ja, werde ich dort unten kaufen, als ob es kein Morgen gibt. Das heißt, ich würde hier unten auf jeden Fall ordentlich zulegen. Vielleicht sogar erstmalig in der Geschichte meines Depots andere Aktien verkaufen, um dann noch mehr Products Interactive ins Depot zu legen. Bisher war es ja so, dass ich immer nur neues, frisches Kapital investiert habe und nicht irgendwie umgeschichtet groß habe. Falls wir hier auf dieses Level aber runterkrachen, würde ich hier unten definitiv nochmal viel mehr, noch eine größere Position von Paradox mehr zulegen. Bewertungstechnisch ist es da unten auch gleich nochmal sehr, sehr spannend. Ich erkläre es euch aber gleich nochmal aus dieser fundamentalen Sicht. Die Frage ist jetzt aber, ob wir überhaupt da unten ankommen werden, denn was wir hier sehen, ist diese Kurskorrektur von jetzt über knapp 52% beginnend seit August letzten Jahres. Diese sehr, sehr starke Abverkaufswelle hat jetzt auch dazu geführt, dass wir hier in der Historie der Paradox Interactive Aktie zum ersten Mal tatsächlich massiv überverkauft sind in der Weekly Sicht. Also könnt ihr hier sehen, wir sind deutlich überverkauft und das könnte bedeuten, dass wir hier auch mal eine Gegenbewegung bekommen mit vielleicht 2, 3, 4 Wochen an steigenden Aktienkursen. Und dann könnten wir hier vielleicht auch Richtung 170, 180 schwedischen Kronen wieder laufen. Ob es dann wieder runter geht und wir dann dieses Level anlaufen, hängt dann wiederum mit fundamentalen Entwicklungen zusammen. So und die schauen wir uns jetzt an, denn vor einigen Monaten, genauer gesagt Ende Februar, habe ich euch ja schon mal ein großes Update Video geliefert mit auch meinen Einschätzungen für Umsatzentwicklung, Free Cashflow Entwicklung und so weiter. Und seitdem gab es jetzt auch ein paar News, die ich jetzt auch mit eingebaut habe in diese Berechnungen. Die News beziehen sich eigentlich größtenteils auf die Pleite von City Skylines 2. City Skylines 2 war das Top-Projekt von Paradox Interactive, wurde letztes Jahr ein bisschen in den Sand gesetzt. Es hat sich zwar ganz okay verkauft, aber da war noch viel, viel mehr Potenzial. Und was man auch ebenfalls sieht, ist, dass die Spieleranzahl deutlich abgenommen hat und das Unternehmen jetzt mit dem Entwickler drauf und dran sind, jetzt hier eben dieses Projekt vielleicht doch noch irgendwie zu retten. Man muss aber sehr viel Kapital wieder aufwenden, damit man eben dieses Projekt wieder auf die Beine stellt. Und was man damals vielleicht oder daraus vielleicht gelernt hat, das ist vielleicht eher das wichtigere Fazit ist, dass die Projekte, die Games von Paradox Interactive tatsächlich vielleicht auch ihre Kundschaft finden, aber man eben dafür sorgen muss, dass die Qualität eben stimmt. Und dadurch, dass es jetzt eben auch in den letzten Projekttiteln oftmals Qualitätsprobleme gab, hat es jetzt dazu geführt, dass wir zum einen, was dieses Jahr released werden sollte, Prison Architect 2 wurde verschoben, mehrfach verschoben. Also wir haben Live by You, auch das wurde jetzt wieder verschoben und hier vielleicht nochmal von meiner Seite aus eine Einschätzung. Das ist ja hier der Sims-Killer, nenne ich das jetzt mal, oder das Produkt, das jetzt in den Lebenssimulationsmarkt vordringen soll. Ein Markt, der deutlich größer ist, wo jetzt auch viel mehr Konkurrenz kommt. Hier ist es, denke ich, und meiner Einschätzung nach ganz, ganz wichtig, dass hier dieser Titel verschoben wurde. Sonst wäre das eine komplette Totgeburt vielleicht auch am Ende gewesen, denn es gab einfach Probleme von der Grafiken her. Ja, man hätte das Ganze in den Irle-Access starten lassen, aber die Grafik ist eben für Spieler aus dem Lebenssimulationsbereich etwas ganz anderes als für die Grand Strategy Games. Und hier, ich sehe es auf jeden Fall positiv, dass der Release verschoben wurde. Ich gehe auch davon aus, dass wir bis Ende nächstes Jahr nichts mehr von Live by You sehen, beziehungsweise schon was sehen, aber zumindest kein Release sehen. Und deswegen, da ist der Fokus auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, muss hier viel mehr im Bereich der grafischen Elemente gelegt werden. Eine Schwachstelle, die bei Paradox vielleicht schon wirklich seit Jahren gilt, wo aber die bisherige Spielerschaft das Ganze immer dankend trotzdem akzeptiert hat und die Spiele gespielt hat, weil eben sehr viel fundamental und von den Spielmechaniken dahinter stand. Im Lebenssimulationsbereich ist das eben was ganz anderes und hier ist das, denke ich, wirklich eine richtige Konsequenz, die man gezogen hat aus der Breite von City Skylines 2. Und das hat man jetzt bei Live by You, denke ich, umgesetzt und hier gibt man dem Spiel eben mehr Entwicklungszeit. Ich hoffe auch, dass es wirklich an den richtigen Punkten dann zu Qualitätssprüngen führen wird, das heißt unter anderem wirklich, wo ich drauf schaue, in der Entwicklung die nächste Zeit, die nächsten Monate ist dann grafischer Natur. Also das ist zum einen das, bedeutet natürlich aber auch jedes Mal, wenn man Projekte, die für dieses Jahr geplant waren, verschieben muss, bedeutet das natürlich einen Einbruch der Aktie. Und hier gibt es jetzt vielleicht so ein Element der ständigen Spirale nach unten im Moment, nämlich dieser gefloppte Release von City Skylines 2. Dann eben die Verschiebungen von Live by You mehrfach, die Verschiebungen von Prison Architect 2 mehrfach. Dann wieder ein Qualitätsproblem bei Millennia beispielsweise, wo man das eben nicht rausgeschoben hat. Und das führt jetzt eben in diese Negativspirale, die dafür zuführt, dass wir eben sinkende Aktienkurse sehen. Führt natürlich auch dazu, dass hier, wenn ein Projekt verschoben wird, dann kommen die Umsätze später. Wenn die Umsätze später kommen, führt das in eine Abdiskontierung des Free Cashflows oder der Cashflow-Entwicklung eben zu einer Aktienkursreduktion oder zu einer Reduktion von der Marktbewertung für die Aktie. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass es eben diese Spirale nach unten gab. Jetzt habe ich aber hier, ich schaue mir jetzt nicht nur den Aktienkurs an. Das empfehle ich auch niemandem, der jetzt irgendwie investiert ist in ein Unternehmen, jetzt einfach zu schauen, Aktienkurs ist negativ. Oh, weil der Aktienkurs negativ ist, finde ich jetzt, dass meine Investition negativ ist und überlege mir, die Aktie zu verkaufen. Das ist oftmals so ein bisschen, ja, ich sage mal so ein bisschen widersprüchliches Bild, was sich ergibt. Der Aktienkurs sinkt und dann sagt man, oh, weil er jetzt gesunken ist, ist meine Investition negativ und ich fühle mich unsicher mit meiner Investition. Und vielleicht verkaufe ich jetzt, bevor der Aktienkurs noch tiefer sinkt. Und oftmals hat aber ein sinkender Aktienkurs oder auch dem Gegenteil ein steigender Aktienkurs eigentlich nichts mit der Bewertung an sich zu tun. Denn beispielsweise, Projekt wird verschoben, ja, das heißt Umsatz kommt zwei Jahre später oder kommt gar nicht. Ja, lasst das Projekt irgendwie vielleicht komplett uns streichen. Bloodline 2 oder Live by You, wir streichen das mal komplett, er kommt gar nicht. Was bedeutet das? Umsatz sinkt, erwarteter Umsatz sinkt, Kurs sinkt. So, jetzt kann aber folgendes Bild passieren, jetzt kann der Kurs viel stärker sinken, weil jetzt irgendwie alle in Panik ausbrechen und viel mehr Leute verkaufen, als das Ganze irgendwie fundamental begründet wäre. Wenn es jetzt natürlich nur einen einzigen Titel geben würde, ne, keine Ahnung, Paradox entwickelt jedes Jahr einen Titel oder keine Ahnung, entwickelt alle zehn Jahre einen Titel und der würde massiv floppen, dann hätte das natürlich massive Konsequenzen. Wenn du aber eine Palette von 10, 20 Produkten hast und davon ist jetzt eins, das nicht mehr auf dem Markt erscheint, das jetzt irgendwie ein Zwanzigstel wegfällt, die Aktie halbiert sich aber, dann ist ja offensichtlich, dass eben die Aktie jetzt viel günstiger ist, als davor, ja, also günstiger bewertet. Und so kann es auch umgekehrt dann praktisch bei steigenden Aktienkursen sein. Also mein Grundfazit hier, bitte schaut nicht einfach nur auf irgendwelche, und das gilt für alle Aktien, ja, das gilt grundsätzlich für alle Aktien, schaut nicht auf den Aktienkursverlauf und geht dann davon aus, oh, jetzt ist eine Aktie günstig oder jetzt ist eine Aktie teuer, nur auf Basis des Aktienkurses, sondern der Aktienkurs muss immer nur ein Bild wiedergeben von der Marktkapitalisierung, die wiederum dann im Endeffekt für die zukünftige Abdiskontierung von Free Cash Flows dann zum Verhältnis gesetzt wird. Und das habe ich jetzt auch vor ein paar Monaten schon gemacht, können uns hier mal meine Umsatzprognose anschauen für die nächsten Jahre für Paradox Interactive, wie ich sie vor ein paar Monaten gesehen habe. Hier vielleicht mal zur Orientierung, ihr achtet jetzt einfach mal ein bisschen auf das Jahr 2023, ja, das ist jetzt mal, wovon ich ausgegangen bin, wie es Ende Februar so mein Stand war, das heißt, ich bin davon ausgegangen, Live by You erscheint, Prison Architect 2 erscheint, Bloodline 2 erscheint, und die werden nicht so alle Mega-Hits, ja, die kommen raus und dann spielen sie so ein bisschen was an Kapital rein, aber so megamäßig einschlagen wie eine Bombe werden diese Titel nicht. Das war jetzt meine Grundausgangsbasis. Jetzt gehen wir einfach mal daher und wir spielen jetzt einfach wirklich mal dieses Szenario durch. Es ist unrealistisch, aber lasst es mal einfach durchspielen. Bloodline 2 wird komplett gecancelt, Live by You wird komplett gecancelt, mit Prison Architect 2, keine Ahnung, verkauft 100.000 Kopien. Dann würde jetzt folgendes Bild rauskommen, achtet mal zur Orientierung auf das Jahr 2023, so als Verhältnis, ja. Seht ihr jetzt hier 2023, aha, okay. Dann würde jetzt gar, würde unter diesem Szenario das Ganze nicht dazu führen, dass jetzt wir ein Umsatzwachstum sehen für den nächsten Jahr, wäre ich noch hier in diesem Bild, ja. Hier könnt ihr sehen, schönes Umsatzwachstum. Unter diesem Szenario, was ich jetzt gesagt habe, dass diese Titel komplett gecancelt werden, hätten wir jetzt einen Umsatzrückgang in diesem Jahr und dann erst danach wieder ein kleines Umsatzwachstum, das vor allem aber von den Grand Strategy Titeln erfolgt. Also hier beispielsweise von Europa Universalis 5, das nächstes Jahr erscheint. Dieses Szenario hier würde ich jetzt als Back to the Roots Szenario betrachten. Back to the Roots Szenario im Sinne von Paradox Interactive stellt jetzt fest, wir haben die letzten Jahre investiert in diverse Titel. Wir haben versucht, auch aus unserem Grand Strategy Bereich auszubrechen und sind überall kläglich gescheitert. Wir haben so viele Titel eingestellt, wie dann Bloodline 2, wie dann Live by You und es hat alles keinen Sinn. Wir fokussieren uns ab jetzt nur noch auf die Titel, die wir sehr gut herstellen können, die wir sehr profitabel herstellen können. Das bedeutet, ihr würdet die nächsten Jahre dann nur noch Titel sehen, wie das nächste Europa Universalis, das nächste Stellaris, das nächste Hearts of Iron vielleicht nach ein paar Jahren, vielleicht noch einen anderen Ableger im Grand Strategy Bereich, vielleicht ein nächstes Age of Wonders. Aber man würde sich auf jeden Fall nur noch auf diesen sehr, sehr engen Rahmen fokussieren, würde sich auch nicht mehr herauswagen in irgendwelche anderen neuartigen Simulationstitel, sondern würde, wenn dann überhaupt, nur noch über diese sehr, sehr kleinen Projekte, über Paradox Arc, das seht ihr jetzt hier auch zum Beispiel hier in dunkelgelb, also hier dann praktisch dieser Teil, würde sich nur noch versuchen, in diesem Rahmen mit ganz neuen Projekten irgendwie zu etablieren und das würde dann im Laufe der Zeit schon so ein kleines bisschen zu einem Umsatzwachstum führen, aber das wäre bei weitem nicht das wichtigste Projekt. Und am Strich würde dann dieses Szenario Back to the Roots bedeuten, das Umsatzwachstum würde die nächsten Jahre komplett abflachen, man wäre so ein bisschen, ich sag mal, als Value Wert verflucht, ja. Man würde jetzt nicht mehr großartig wagen zu wachsen, sondern würde sich nur noch auf die sehr profitablen Titel fokussieren. Das würde auch bedeuten, und davon bin ich auch schon beim letzten Mal ausgegangen, das würde aber auch bedeuten, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann eintritt, ja. Und dieser ganz wichtige Punkt heißt CapEx. CapEx sind Investitionen in neue Projekte oder auch in DLCs, also praktisch in Add-ons, die man zusätzlich zu diesen Spielen verkauft, die würde man dann im Endeffekt deutlich reduzieren. Also das hier sind Ausgaben, CapEx sind Ausgaben für neue Titel oder für DLCs im Endeffekt. Könnt ihr sehen, Paradox hat hier massiv die Ausgaben erhöht vom Jahr 2018 bis 2022, sogar wenn man noch weiter zurück geht, dann ist der Anstieg sogar noch größer gewesen. Und das hier, dieses Bild ist zunächst einmal, ich sag mal, schlecht, wenn dem gegenüber nicht ein Umsatz erfolgt. Das heißt, wenn ich einen massiven Ausgabensteigerung habe, aber dann keinen neuen Umsatz dazu generiere, ist es natürlich immer schlecht. Das ist aber nichts, wo jetzt langfristig bei Paradox hängen würde. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass dieses Back-to-the-Root-Szenario eintritt, alles Flops, alles nur noch Flops, und man konzentriert sich dann nur noch auf diese Grand-Strategy-Titel, die ja keine Flops sind und von denen man weiß, wie man sie erfolgreich entwickelt und auch platziert auf dem Markt, würde das bedeuten, dass man hier die Kosten deutlich runterfahren kann. Und das hier ist im Endeffekt noch nicht mal ein Szenario, wo ich hier zu diesem Back-to-the-Root-Szenario gegangen bin. Wenn man wirklich nur Back-to-the-Root-Szenario gehen würde, dann kann man sich mal ein bisschen anschauen, hier im Jahresabschlussbericht könnt ihr hier sehen, Investment in Capitalized Development, dann könnt ihr ungefähr, ich sag mal so 50%, ganz grob, 10% hoch oder runter, aber sag mal, die Hälfte an diesen Capitalized Development geht in Projekte, die nichts mit diesen Grand-Strategy-Games haben. Also, Life by You ist verdammt teuer, in den USA entwickelt, bei einem West-Coast-Studio, sehr teures Pflaster in Berkeley. Dann haben wir Bloodlines 2, ein RPG-Titel, das allgemein, die sind sehr teuer, auch sehr umfangreich von der Entwicklung her, auch das hat sehr viel gekostet. Wir haben dann beispielsweise auch eine Investition in Millennia gesehen, das dürfte etwas weniger gewesen sein, in Foundry. Aber das sind so Titel, die jetzt nichts grundsätzlich mit diesem Grand-Strategy-Game im Kern zu tun haben und davon könnt ihr im Endeffekt die Hälfte kürzen. Das heißt, die CapEx-Ausgaben könnte man um die Hälfte reduzieren. Sowieso habe ich jetzt diesen großen Umschweif gemacht, um euch ein Bild zu zeigen. Wenn wir jetzt mal zum Market-Screener rübergehen, dann sind die aktuellen Analystenschätzungen, die sind noch nicht aktualisiert. Also wenn die jetzt hier auch nach Live-by-You-Verschiebung, wenn die hier die Daten aktualisieren, dann werden sie eher in den Bereich reinlaufen, wo ich jetzt hier vielleicht in diesem Back-to-Root-Szenario beschrieben habe. Also hier, dann würde man wahrscheinlich hier irgendwo als Umsatzwachstum eher sogar eine negative Entwicklung sehen. Im Jahr 2024, dann erst ab 2025, wieder ein positives Wachstum. Würde aber auch bedeuten, wenn wir uns hier die aktuelle Bewertung anschauen, trotzdem mal ganz grob, dann haben wir hier etwa 5-6%, wir kürzen mal ein bisschen, 5-6% an Free-Cash-Low-Rendite mit der aktuellen Bewertung. Das heißt, ich könnte mir als Aktionär, wenn ich jetzt dieses Unternehmen komplett übernehmen würde, könnte ich mir 5-6% an Dividenden-Rendite sozusagen auszahlen lassen. Und das ist schon Free-Cash-Low. Das heißt, das hier sind dann schon, ist der Free-Cash-Low nach Abzug von Investitionen in zukünftige Projekte. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt das komplette Kapital absauge und dann wäre nichts mehr übrig, um meine Mitarbeiter zu bezahlen, damit sie irgendwelche Titel weiterentwickeln. Nein, das ist hier schon abgezogen. Das heißt, die Mitarbeiter haben dann genug Kapital, um eben weiter DLCs zu produzieren, um dann das neue Europa Universalis 5 zu produzieren, um das neue Stellaris 2 zu produzieren und so weiter. Und trotzdem könnte ich mir 5-6% Dividende auszahlen lassen. Das klingt schon ganz okay, ist jetzt aber nicht der Megahammer. Das Bild verändert sich aber, wenn man jetzt genau weiß, dass in diesen CapEx-Maßnahmen ja die Hälfte, also in etwa die Hälfte, an ein Projekt investiert wurde, wo der Umsatz ja noch gar nicht da ist. Und das würde dann entweder bedeuten, entweder, wenn ich das CapEx weiter hoch halte, das heißt, wenn ich diese Kosten weiter investiere, führt das eben dazu, dass irgendwann der Umsatz dann kommt oder irgendwann wird der Paradox oder das Management-Team feststellen, hey, alles, was wir machen, ergibt keinen Sinn. Also Back to the Roots würde aber auch bedeuten, dann würde man die CapEx-Kosten streichen und dann würde in diesem Back to the Roots-Szenario die Aktie nochmal deutlich anders, deutlich attraktiver ausschauen, weil dann hätten wir eher eine Rendite, eine Free Cashflow-Rendite, die sich dann irgendwo Richtung 8% bewegt. Das ist schon sehr, sehr interessant und das ist nochmal ein ganz anderes Bild. Es gibt also zwei Szenarien im Endeffekt, entweder das eine Szenario, die Investitionen rentieren sich, weil jetzt eben der ein oder andere Titel dann doch ein Hit wird oder zumindest vielleicht sind wir viel zu pessimistisch für Prison Architect 2 oder für Bloodline 2 oder für Life by You. Vielleicht schlägt es ja ein, es reicht nur, wenn einer von diesen Titeln einschlägt, ein einziger. Ich habe meine Zweifel, dass keiner von den drei einschlägt, gehe ich eher davon aus, aber vielleicht ist es viel zu pessimistisch. Aber selbst unter diesen sehr pessimistischen Annahmen hätte ich dann irgendwo eine Rendite, Free Cashflow-Rendite von 8% dann, wenn ich zu diesem Back-to-the-Root-Szenario gehe. Was dann eben eintritt, wenn das Unternehmen sagt, nee, wir machen nur noch das, was wir können. Und wenn man jetzt zum Beispiel rüberschaut und sagt, okay, wenn die Aktie weiter sinkt, das heißt, der Aktienkurs nimmt weiter ab, dann steigt ja meine Free Cashflow-Rendite. Das heißt, in dem Fall, der Aktienkurs sinkt und das bedeutet für mich und meine Bewertung, das Risiko wird geringer für weiteres Downside-Potenzial. Das klingt immer so ein bisschen genau suspekt zu dem Verhalten, wie man sich selber irgendwie so ein bisschen den Gedanken hält. Wenn die Aktie fällt, dann bekommt man eher Angst, oh, das Risiko steigt, dass die Aktie vielleicht noch wertlos wird oder dass der Aktienkurs noch weiter fällt. Und unterm Strich bedeutet es aber genau das Gegenteil. Wenn der Aktienkurs fällt, bedeutet es einfach nur, dass das Risiko, dass der Aktienkurs unter irgendwelche Fundamentaldaten fällt, geringer wird als bei einem steigenden Aktienkurs. Und deswegen ist für mich hier unten eben bei dieser, sag ich mal, goldenen Zone aus Chart-technischem Bild, hier unten, wie gesagt, immer danach Gegensignal gewesen und eben auch fundamentale Entwicklung, weil da unten hätte ich dann irgendwo Free Cashflow-Renditen von 10% oder bis zu 12%, wenn ich zurückgehe zu diesem Back-to-Roots-Szenario, dann hätte ich hier irgendwo zwischen 10% und 12% je nach Modell, die ich rechne, als Free Cashflow-Rendite. Und das hier ist ja schon mal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Das heißt, das Unternehmen kann weiter investieren in DLCs. Das Umsatzwachstum, könnt ihr vergessen, das sind dann nur noch 3-5% pro Jahr, man wächst irgendwie wie der PC-Gaming-Markt. Aber ich könnte dann 10% bis 12% Free Cashflow-Rendite haben und das ist ja auch schon, für einen Valu-Investor ist das schon sehr, sehr attraktiv, bis dann irgendwie ein anderes Unternehmen kommt wie Microsoft Tencent und das, keine Ahnung, dann Perlux kauft oder man auf jeden Fall, oder man dann trotzdem irgendwie einen neuen Titel entwickelt, der dann aus dem Nichts heraus einschlägt und dann den Kurs auf einmal befeuert, wie von hier unten, als man damals von der Börse oder an die Börse ging. Die Frage ist jetzt also eher, lohnt sich ein Kauf? Und das kann ich natürlich für niemanden beantworten. Für mich ist die Aktie unter den aktuellen Bedingungen, unter den aktuellen Fundamentaldaten attraktiv. Wichtig ist halt einfach nur, worauf ich achte, ist das Grundfundament, also darauf, worauf der ganze Free Cashflow basiert, funktioniert das weiterhin? Und für mich sind diese neuen Projekte im Moment, mit denen rechne ich eigentlich selber nicht. Was für mich viel, viel wichtiger ist, laufen die Projekte, laufen die ganzen Games, wofür Paradox Interactive eigentlich bekannt ist und auch, womit sie ihre Brötchen, also womit sie auch den Free Cashflow verdienen, laufen die weiter. Und wenn ich mir die Daten dazu anschaue, dann laufen die. Dann läuft eine Europa Universalis seit Jahren konstant mit einer sehr hohen Spieleranzahl. Dann läuft auch eine, keine Ahnung, Hearts of Iron, läuft mega stark, wo sogar von Jahr zu Jahr eine neue Spielerrekordzahl setzen kann, sehr mittlerweile sich sogar zu dem Top Grand Strategy Game entwickelt hat. Ich denke auch umsatzseitig kann da noch ein bisschen mehr passieren durch bessere DLCs, durch bessere Qualitäten, aber auch hier ein Projekt, was läuft, ein Projekt, das schon seit vielen Jahren da ist. Ich sehe hier keine Spielerzahlen einbrechen. Selbst ein Projekt Projekt wie Victoria 3, ein sehr, sehr kleines, oder sag mal, an sich eine schon, eine Nische innerhalb einer Nische, die, wo man auch gesagt hat, okay, der Release war auch da nicht so mega stark. Okay, hier ein Peak, sehr gut sich verkauft initial, aber nicht so, nicht so megamäßig eingeschlagen. Auch hier gab es Befürchtungen, oh, wird der Titel eingestellt. Es ist jetzt nicht, es gehört nicht zu den Top 3 der Paradox Games, aber meiner Ansicht nach rechtfertigt hier eine weitere DLC-Entwicklung definitiv sich auch und das Spiel wird meiner Ansicht nach, ich kenne natürlich nicht die interne Kostenstruktur, aber für mich sieht es auch danach aus, dass sich hier man auch ordentlich Marge mit dem Titel generieren kann. Und auch hier sind die Spielerzahlen, haben sich schon recht stabilisiert und auch da wird es jetzt vielleicht in nächster Zeit wieder ein paar gute Entwicklungen geben. Wir können auch mal Foundry anschauen, neuen Titel. Auch hier, ja, man sieht hier, was passiert, wenn es eben ein Titel ist, wo die Qualität relativ gut ist gegenüber einem Titel, wo die Qualität als schlechter wahrgenommen wird. Auch hier, die Spielezahlen dann eher schlechter oder keine Ahnung, eine Age of Wonders. Also unterm Strich will ich euch, und jetzt hat sich meine Kamera verabschiedet, unterm Strich will ich euch sagen, dass es sich hier lohnt, auf die Grundfundamente zu schauen, auf die Grundbasis und das ist weiterhin gegeben und deswegen ist für mich der Free Cashflow, sieht für mich nicht irgendwie nach Gefahr aus, dass diese einbricht und solange diese nicht einbricht, ist hier eine Bewertung mit einer Free Cashflow-Rendite von 5 bis 6 Prozent, wenn es nicht bereinigt ist oder dann eben bereinigt, wenn man eben diese ganzen Nebenprojekte nach einmal abschreibt und sich diese Kosten sparen kann bei 8 Prozent, ist für mich einfach fundamental trotzdem eine Investition wert. Und jetzt kann man sich einzelne Kennzahlen raussehen, wie zum Beispiel eine KUV und kann sagen, okay, KUV ist zu hoch. Da muss man aber unten die Marge anschauen und sagen, KUV ist so hoch gerechtfertigt, weil die Marge so extrem stark ist. Oder man kann auch sagen, okay, wieso ist das KGV so niedrig oder so hoch, je nachdem die letzten Jahre. Unterm Strich läuft es aber auf 1 raus, Free Cashflow, der ist stark und für mich ganz persönlich eine Investition wert. Ich werde Paradox weiter aufstocken, das vielleicht mal als Fazit vorneweg, denn der Aktienkurs ist viel stärker eingebrochen nach die letzten Monate, als es meiner Ansicht nach fundamental gerechtfertigt wäre. Das von mir, soweit zu Paradox und ich höre mich an wie eine kaputte Spieluhr, aber so ist es nun mal. Mal gucken, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Für mich kann es auch so gehen, wäre ich zufrieden oder erst mal so und ich lege nach und ich werde zufrieden, solange sich eben grundsätzlich im Fundament des Unternehmens und vom Geschäftsmodell nichts massiv ändert. Zumindest ist das die Realität, wie ich sie im Moment sehe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Bis zum nächsten Mal. gdybyll,